Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Sitzung der Vorlesung Rhetoriktheorie aus den USA. Vielleicht kurz, wo stehen wir eigentlich? Zweite Sitzung, wir sind noch nicht sehr weit, aber einiges haben wir, glaube ich, schon gelernt. Wir haben in der letzten Sitzung einen Blick zurück auf die Geschichte unseres eigenen Seminars geworfen, des Seminars für allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. So ein bisschen unter der Überschrift ein uneingelöstes Versprechen. Da war meine These, dass bei Gründung des Seminars 1967 sozusagen dieser Blick über den Atlantik hinweg ein ganz zentrales Argument war, mit dem Walter Jens die Gründung des Seminars begründete. Und dieses Versprechen ist eigentlich im Verlauf der Geschichte unseres Seminars nie wirklich eingelöst worden. Und dass es nicht eingelöst worden ist, habe ich versucht zu zeigen an drei Einführungsbüchern von Uedding Steinbrink, Göttert und wieder Uedding, wo man eben sieht, dass die Rezeption der amerikanischen Rhetoriktheorie im Grunde fragmentarisch bleibt und zum Teil auch mit zweifelhaften Wertungen versehen wird. Der dritte Punkt in der letzten Sitzung war dann noch, sich mal das historische Wörterbuch der Rhetorik anzugucken, den Band 11 mit dem Register und da mal zu schauen, welche amerikanischen Rhetoriktheoretiker und Theoretikerinnen kommen dort eigentlich vor. Und auch da war die Diagnose wenig, relativ wenig. Nun hängt es ein bisschen mit dem Konzept des historischen Wörterbuchs der Rhetorik zusammen. Das ist ja ein begriffsgeschichtliches Lexikon, was primär historisch orientiert ist. Und da verwundert es eigentlich nicht, dass die letzten 100, 120 Jahre ein bisschen unterrepräsentiert sind. Aber wenn man überlegt, was an literaturwissenschaftlichen Grundbegriffen auch dort behandelt wird, auch bis in neuere Theorieentwicklungen hinein, ist es auch hier doch, denke ich, eine Schieflage. Gut, was machen wir heute? Schauen wir mal. Heute machen wir genau an dem Punkt noch mal weiter. Ich hatte ja am Ende der letzten Sitzung gesagt, wir machen so eine Art Luftaufnahme, eine Bestandsaufnahme, gucken also von oben mal auf die amerikanische Rhetorikforschung runter sozusagen und versuchen uns einen ersten Überblick zu verschaffen. Und wie machen wir das? Indem wir uns drei Überblickswerke aus den USA angucken. Also drei Lehrbücher, sind nicht alles wirklich Lehrbücher, aber drei Überblickswerke über den Stand der Rhetorikforschung. Und dann gucken wir uns noch an, im letzten Viertel vielleicht der Vorlesung, ein Department, das Department of Communication, das heißt heute Department of Communication, das hieß früher anders. Und diese Umbenennung werden auch ein relativ wichtiger Punkt werden an der University of Illinois in Urbana-Champaign in den USA. Und alleine, indem man mal so anguckt, wie die Department-Geschichte dort aussieht, kann man auch etwas ableiten über den Stand sozusagen der Entwicklung in den USA. Dann kommen wir zum ersten Punkt. Rhetoriktheorien, Pluralität und auch eine Unterscheidung, die ich eingeführt habe in dieser Vorlesung, die findet sich in der Literatur so nicht, aber die ist glaube ich ganz wichtig, die Unterscheidung zwischen klassischen und postklassischen Rhetoriktheorien. In der Vorlesung werde ich ja mehr als 100 Jahre Theoriediskussion in den USA vorstellen, mit ganz unterschiedlichen Konzepten von dem, was Rhetorik eigentlich ist. Das ist ein Charakteristikum sozusagen der amerikanischen Szene, dass dort eben eine sehr große Pluralität der Rhetorikbegriffe herrscht. Diese Pluralität ist tatsächlich bisweilen auch etwas verwirrend und es ist nicht ganz einfach damit umzugehen. Manchmal stellt man sich die Frage, vor allem wenn man aus Tübingen kommt, ist es eigentlich noch Rhetorik oder ist es schon Rhetorik? Also die Differenz auch von Rhetorik und anderen Ansätzen im Bereich der Medien- und Kommunikationswissenschaft ist nicht immer ganz einfach, wenn man eben mit dieser europäischen oder vielleicht deutschen Brille kommt. Die Amerikaner selber haben da viel weniger Probleme damit. Die Anfänge der Theoriebildung, das liegt so in den 1910er, 20er Jahren, werden wir dann auch noch sehen im Verlauf der Vorlesung, sind deutlich von antiken Paradigmen geprägt, vor allem von der Rhetorik des Aristoteles. Und mehr noch, die Rhetoriker damals versuchen eben ihre Theorien durch einen ganz emphatischen Rückbezug auf die Antike zu begründen. Also die Antike wird dort eigentlich erst wieder, muss man sagen, wichtig. Und das unterscheidet sie von Entwürfen des 19. Jahrhunderts. Und das werden wir auch noch in der nächsten Sitzung dann sehen. Dieser emphatische und positive Bezug zur antiken Theorie, den man mit einem Schlagwort auch Neoaristotelismus nennt, verändert sich dann seit dem Ende der 40er Jahre etwa im Sinne einer Ausdehnung der Rhetorik auf andere Medien und andere Kommunikationsformen. Und dabei kommt es etwa um 1960 oder ab 1960 auch zu einer Kritik am neoaristotelischen Paradigma der Rhetorik. Verbunden ist dieser Abnabelungsprozess von der klassischen Theorie mit dem Begriff der New Rhetoric. Und in dem Maße, in dem die Bindung an die antike Theorie schwächer wird, wird auch die Pluralität der theoretischen Entwürfe größer. Das habe ich in dem Schaubild auf der PowerPoint-Folie so ein bisschen grafisch versucht darzustellen. Die Antike rückt also als Bezugspunkt etwas aus dem Zentrum. Sie wird schwächer, der Bezug zur Antike. Und viele andere Theorien aus ganz unterschiedlichen Disziplinen rücken nun ins Zentrum als Bezugspunkt, als Referenzpunkt für rhetorische Theoriebildung. Pluralität heißt also immer auch Inter- oder Multidisziplinarität. Und anders als die Tübinger Rhetorik Joachim Knapes, die sich programmatisch und auch normativ natürlich als neoaristotelisch versteht, gibt es in der amerikanischen Rhetorik-Forschung also ein viel, viel größeres Spektrum an klassischen, aber auch unklassischen oder gar antiklassischen Rhetorik-Definitionen und Rhetorik-Konzepten. Und ich nenne alle diese Theorien mit einer unscharfen, notwendig unscharfen Sammelbezeichnung, postklassische Rhetorik-Theorien. Im Unterschied zu den klassischen Rhetorik-Theorien bilden diese Theorien keine Richtung oder keine Schule. Die sind also gar nicht geschlossen in irgendeiner Hinsicht, haben auch keine Programmatik, gemeinsame Programmatik. Sie sind aber dadurch charakterisiert, dass sie sich an den Grenzen der klassischen Rhetorik abarbeiten und von dort aus weitergehen. Und das will ich jetzt ein bisschen näher mit Ihnen angehen, indem wir mal das so ein bisschen gegenüberstellen, klassische und postklassische Rhetorik-Theorien. Klassische Rhetorik, das ist glaube ich klar, das ist auch das, mit dem wir in der Studieneingangsphase ganz stark arbeiten, basiert auf der Geltung der klassischen Tradition, also auf dem Nachleben, dem Fortwirken, der Kontinuität oder auch der Transformation der antiken Rhetorik. Das Selbstverständnis der Theoretiker und Theoretikerinnen ist, dass die antike Theorie eine wesentliche Grundlage einer rhetorischen Theorie sein kann, weil eben die Einsichten der griechischen und römischen Rhetoriker immer noch gültig sind. Also da ist eben die Idee, die wesentlichen Gesichtspunkte persuasiver Kommunikation haben sich in 2000, 2500 Jahren nicht wesentlich verändert und insofern gilt die antike Theorie im Wesentlichen immer noch. Das ist die ganz zentrale Voraussetzung für diese klassischen Rhetorik-Theorien. Klassische Theorien haben dann einen ganz klaren Blick auf das Ziel und auch die Funktion rhetorischer Kommunikation, dass sie durch das Konzept der Überzeugung, also der Persuasion bestimmen oder wie es in den frühen Rhetorik-Theorien in den USA am Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich häufiger heißt, Effectiveness, also effektive oder wirkungsvolle Kommunikation. Da haben wir uns auch noch ein bisschen drüber unterhalten müssen. Tatsächlich der Persuasionsbegriff, der ja in der antiken Rhetorik immer schon da ist, der ist aber in diesen frühen Theorien gar nicht so zentral, sondern das Konzept der Effectiveness ist eben ein etwas weiter gefasstes Konzept von rhetorischer Wirkung, von wirkungsvoller Kommunikation und ich würde sagen, erst in dem Moment, in dem eigentlich in der Psychologie so ab den 40er Jahren ganz viel empirisch, naturwissenschaftlich, experimentell über Persuasion geforscht wird, rückt dann auch der Persuasionsbegriff ins Zentrum, auch der Rhetorik-Theorie. Er wird dann aber auch in charakteristischer Weise verengt, kann man sagen. Rhetorik können wir also sagen, wird als eine spezielle Kommunikationstheorie verstanden. Analysegegenstand ist primär die mündliche Rede, so in der Tradition, häufig die politische Reden und zwar solche Reden, die historisch als irgendwie signifikant gelten, also die großen Reden der Weltgeschichte. Daran arbeitet man sich primär ab. Keine Alltagskommunikation, keine Gesprächsrhetorik oder sowas, sondern die großen Reden der Weltgeschichte und vor allem die politischen Reden. Also es geht um ein Abarbeiten an einem Kanon sozusagen exemplarischer Reden. Die Orator-Theorie Joachim Knapes, das hatte ich schon gesagt, versteht sich eben programmatisch als so eine neo-aristotelische Theorie. Die gehört also in diese linke Rubrik ganz klar rein. Allerdings, und das ist auch charakteristisch für viele klassische Theorieansätze in den Vereinigten Staaten, bleibt Knapen natürlich nicht bei der Antike stehen. Vielmehr werden die Ansichten, Einsichten der antiken Theoretiker dann nochmal erweitert, auch revidiert, angereichert durch neuere Theorien, zum Beispiel aus der Linguistik, aus der Philosophie, aus dem Konstruktivismus, den Medienwissenschaften und ganz vielen anderen Theorien. Also da gibt es auch sozusagen einen interdisziplinären Ansatz, aber diese Ansätze der anderen Disziplinen werden dann eben in einen disziplinären Ansatz integriert. Grundlage bleibt aber auch hier die antike Theoriebildung. Also wir können sagen, dass was bei Knapen, in was es Rhetorik mit in der Orator-Theorie passiert, wäre vielleicht sowas wie eine klassische Theorie 2.0. Ganz zentral ist eben, dass diese klassischen Theorien sozusagen von der Existenz einer Disziplin-Rhetorik ausgehen. Also eine geschlossene, einigermaßen geschlossene Disziplin-Rhetorik, wie sie sich dann eben auch institutionell in der Existenz von Departments of Rhetoric oder Speech Communication niederschlägt. Und das werden wir sehen, diese klassischen Theorien werden eben so mit der New Rhetoric ab etwa 1960 schwächer. Die gibt es immer noch, aber es ist eben heute stärker ein interdisziplinäres Gefüge. Und das ist die rechte Spalte, postklassische Theorien. Die unterscheiden sich ganz stark durch das Verhältnis zur rhetorischen Tradition. Die ist dann eben nicht mehr uneingeschränkt gültig. Wie man sieht man nun ganz klar die Grenzen der antiken Theorie und auch die Grenzen gerade von solchen Analysemodellen, die eben auf neoaristotelischen Grundlagen aufbauen. Vielfach, und das ist je näher man eigentlich in die Gegenwart kommt, spielt die antike Theorie auch gar keine Rolle mehr. Sie ist schlichtweg für viele Theoretiker und Theoretikerinnen gar keine Bezugsgröße mehr. Sie wird oft auch gar nicht mehr wirklich gekannt. Also es gibt so eine Art Abnabelungsprozess oder Entfremdungsprozess, der aber sozusagen in der New Rhetoric der 1960er Jahre eben damit zusammenhängt, dass man das Gebiet sozusagen der Rhetorik ausweitet und auch sieht die Limits der neoaristotelischen Theoriebildung. Auch der Wirkungsbezug von Kommunikation und schon gar Konzepte wie Persuasion oder Effektivität spielen in diesen Theorien dann eine herausragende Rolle. Man kann also sagen, dass der Rhetorikbegriff hier deutlich diffuser ist. Das ist zunächst mal nur deskriptiv gemeint, nicht wertengemeint und auch gar nicht abwertend gemeint, aber er ist sozusagen unschärfer. Oft ist der Ansatz der einer allgemeinen Kommunikationstheorie verwandt oder ganz nahe. Ziel der Analyse oder von Analysen ist zum Beispiel die Identifikation von Mechanismen der sozialen Koordination oder der Wirklichkeitskonstruktion durch Zeichen oder Texte oder Kritik im Sinne der Offenlegung und Explizitmachung der Macht von Diskursen, also der kommunikativen Macht von Diskursen. Die postklassische Rhetoriktheorie ist von benachbarten Disziplinen wie der Semiotik, also der Zeichentheorie, der Linguistik, der Diskursanalyse oder den unterschiedlichen Spielarten der Cultural Studies vielfach gar nicht wirklich scharf zu trennen. Auch der Gegenstand der Analyse verändert sich. Die mündliche Rede und auch die mündliche Rede in ihrer schriftlichen Gestalt, die im Neo-Aristotalismus natürlich der Gegenstand der Analyse war, ist gar nicht mehr das zentrale Objekt rhetorischer Analyse. Vielmehr erweitert sich der Gegenstandsbereich nicht zuletzt in Richtung dessen, was man heute Multimodalität nennt, also textliche, auditive, visuelle Kommunikate und auch eben in Kommunikation dieser ganzen unterschiedlichen Modalitäten deutlich aus. Das Thema Protest drückt zum Beispiel ins Zentrum. Vielfach werden auch Produkte massenmedialer Kommunikation untersucht, Werbung oder auch Nachrichtensendungen. Blickt man von heute, 2020, auf die Entwicklung der amerikanischen Rhetoriktheorie zurück, dann lässt sich, das hatte ich schon genannt, etwa um 1960 eine Zäsur ausmachen. Vorher herrschten mehr oder weniger klassische Theorien. Es gibt schon vorher so kleinere Einwände dagegen, aber dann verändert sich das eigentlich relativ schnell, würde ich sagen. Die Rhetoriktheoretiker waren häufig zugleich Rhetorik-Historiker in dieser sozusagen klassischen Phase der Rhetoriktheorie, hatten eben also auch eine vertiefte Kenntnis der antiken und neuzeitlichen Rhetorik und leiteten daraus moderne Theorien ab. Das ist also wirklich ganz interessant, dass viele der Theoretiker, gerade so der 1960er, 70er bis 80er Jahre, die dann wichtige Rhetoriktheorien formulieren, Lloyd Bitzer zum Beispiel kann ich hier nochmal erwähnen, eigentlich Rhetoriker sind, die aus der Rhetorikgeschichte kommen. Wichtig ist eben das Jahr 60, das ist keine wirklich super scharfe Zäsur und man darf auch das Verhältnis von klassischer und postklassischer Theoriebildung auch nicht ansehen als so einen scharfen Paradigmenwechsel. Tatsächlich gibt es weiterhin auch heute noch wichtige Theoretiker, die auf der Grundlage mehr oder weniger klassischen Theorien ihrer Theorien formulieren und die oft auch exzellente Kenner der antiken Rhetorik sind, eben wie in Tübingen. Joachim Knapp ist, so Leute gibt es eben schon auch heute noch. Die amerikanische Szene, wenn man so will, ist also deutlich unübersichtlicher als die deutsche oder auch die europäische und eine Aufgabe der Vorlesung wird sein, sozusagen diese Felder und diese Filiation der amerikanischen Rhetoriktheorie mal zu beschreiben und auch ihnen vorzustellen und auch natürlich die wichtigen Fachvertreter und die wichtigen Fachvertreterinnen vorzustellen und das machen wir heute schon in dieser zweiten Vorlesung. Nun vielleicht nochmal, wie schlägt sich das nieder in der Organisation letztlich von Forschung? Da kann man einen Blick auf wissenschaftliche Fachgesellschaften werfen, von denen es im Bereich der Rhetorik einige gibt. Ich werde vielleicht im Verlauf auf der Vorlesung danach drauf kommen. Was das Historische anlangt, in der nächsten und übernächsten Sitzung werde ich das streifen. Heute ist vielleicht die wichtigste Fachgesellschaft die Rhetorik Society of America, die RSA. Und die RSA, wenn man da in die Constitution guckt, also in die Satzung der Gesellschaft und wie die umgehen mit diesem Problem oder mit dieser sozusagen Diagnose, mit diesem Faktum der Pluralität der Rhetorikkonzepte, dann sieht man, dass die damit relativ schlau umgehen und eigentlich erstaunlich wenig Probleme haben. Und ich lese es Ihnen vor, das ist der Article 2 RSA Constitution, The Purpose of the Rhetoric Society of America. Und ich lese es nicht ganz vor, sondern nur im Grunde den ersten Satz, denn der ist entscheidend. The purposes of the society shall be to gather from all relevant fields of study and to disseminate among its members current knowledge of rhetoric broadly construed. Broadly construed. Also da wird gar nicht erst der Versuch gemacht, das Phänomen der Rhetorik in irgendeiner Form zu definieren. Das wird also überhaupt nicht gemacht, sondern es wird eben gleich die Rhetorik broadly construed. Also die haben überhaupt keine Intention und keine Absicht, nun irgendwie einen breit gefassten Begriff von Rhetoriktheorie und ein normatives Konzept von Rhetoriktheorie zu formulieren. Und das ist im Grunde eigentlich ziemlich schlau, finde ich. Denn das ermöglicht das zum Beispiel in Zeitschriften und auf Tagungen eine sehr interdisziplinäre, breite Szene der Rhetorikforschung zu versammeln, ohne dass man jedes Mal gleich wieder fragen muss, ist es jetzt eigentlich Rhetorik, ist es nicht Rhetorik. Das heißt, die sozusagen Diffusität oder die sozusagen wenig griffige Formulierung des Rhetorikbegriffs in diesem Article 2 der Constitution ist eigentlich ziemlich schlau, wenn man sich das wirklich überlegt. Man muss sich auch vergegenwärtigen, wenn die RSA alle zwei Jahre ihre Tagungen in den USA abhält, werden innerhalb von wenigen Tagen, drei, vier Tagen, zwölfhundert oder mehr Vorträge gehalten. Diese Vorträge sind alle wahnsinnig bunt und vielschichtig und sonst käme man vermutlich auch gar nicht mehr dazu, auch wirklich über die Inhalte mal zu reden, wenn man nur sozusagen Zeit damit zubringen würde, über einzelne Rhetorikbegriffe sich die Köpfe einzuhauen. Das heißt, das ist eigentlich sehr schlau, da ranzugehen und zu sagen, okay, wir sehen eigentlich letztlich als Rhetorik an, was jeder selber für Rhetorik hält und was eben auf einem etablierten Fachdiskurs basiert. Aber wir sagen jetzt nicht, Rhetorik ist das und Rhetorik ist das nicht. Das macht die RSA nicht. Gut, und damit gehen wir zum nächsten Punkt weiter. Wir schauen uns jetzt nun diese drei Bücher an, die in den USA weit verbreitet sind. Zwei dieser Bücher sind so Textbooks, College Textbooks. Es gibt in den USA da eine weit verbreitete Kultur solcher Lehrbücher, die man sich als Studierender kaufen muss. Also es gibt so ein Mandatory Reading in den Seminarplänen und dann muss man sich diese Bücher kaufen oder man leiht sie auch öfter über Amazon oder in den College Bookstores, weil die Bücher oft relativ teuer sind. Verlage verdienen das sehr gut, indem sie diese Bücher absichtlich teuer machen, weil sie eben sozusagen verpflichtende Lektüre sind. Solche College Textbooks sind die zwei Linken, Phos, Phos und Trap, Contemporary Perspectives on Rhetoric. Das ist ein Buch mit einzelnen Kapiteln über einzelne Rhetoriktheoretiker. Das mittlere, Contemporary Rhetorical Theory, Porovacchio und Condit, das ist eine Textsammlung. Da hat also Aufsätze oder Buchkapitel von wichtigen Rhetoriktheoretikern drin, mit so Zwischentexten und einer ziemlich guten Einleitung, auf die ich nachher auch noch mal zu sprechen komme. Und das dritte Buch, das wendet sich nun nicht eigentlich an Studierende oder vielleicht an fortgeschrittene Studierende, sondern das ist ein Forschungsbericht über die Geschichte, über den Stand der Erforschung der Geschichte der Rhetorik. So muss man es ausdrücken. Present State of Scholarship in the History of Rhetoric. Da hat es eben Kapitel drin, von der antiken Rhetorik bis zur Gegenwart und uns interessiert natürlich das Kapitel über die Gegenwart. Da werden wir die drei Auflagen angucken, die es gibt. Die erste 1983, die letzte 2010, weil man da auch noch mal ganz schön studieren kann, beobachten kann, wie eigentlich sozusagen diese Entgrenzung des Rhetorikbegriffs immer stärker wird, wie sozusagen das Feld der Rhetorikforschung immer größer wird, aber wie dadurch auch natürlich der Begriff der Rhetorik ein bisschen sozusagen diffuser dadurch auch wird. Das werden wir dann gleich sehen. Jetzt gehen wir zum ersten. Dieses Buch von Phosphos und Trap. Das Buch erschien zuerst 1985 in erster Auflage mit ein bisschen weniger Kapiteln, aber das Programm an solches ist eigentlich unverändert. Zweite Auflage erschien 1991. Die hier gezeigte dritte Auflage von 2002 ist mit einer zehn Jahre später erschienenen Jubiläumsausgabe. Das ist dann die vierte Auflage 2012. Fast identisch. Das Buch enthält, wie gesagt, Kapitel, in dem einzelne Theorien von Theoretikern und Theoretikerinnen zusammengefasst werden. Dieses Buch ist in den USA ziemlich weit verbreitet. Es ist ziemlich bekannt und es ist auch ein guter Einstieg. Würde ich Ihnen auch empfehlen, wenn man sich über verschiedene Positionen mal informieren möchte und wenn man die eigentlichen Primärtexte nicht studieren möchte oder wenn man sich mal informieren möchte, würde sich das lohnen, worum geht es da überhaupt, was sagt Kenneth Burke so grundsätzlich, dann kann man mal in diesem Buch ein Einstiegskapitel lesen, kriegt da einen guten Überblick und weiß auch, was man lesen soll von dem Ealing-Theoretiker, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Das ist ein sehr guter Einstieg. Wer sind die Autorinnen? Sonja Voss ist Professorin am Department of Communication der University of Colorado in Boulder. Die ist ziemlich bekannt in den USA, auch gerade für ihre Lehrbücher. Die hat einige solche Bücher geschrieben, auch eine Einführung in den Rhetorical Criticism, hat viel zur feministischen Rhetorik geforscht, auch viel zur visuellen Rhetorik. Die hat eine Theorie der, wie sie das nennt, Invitational Rhetoric formuliert, auf die ich auch noch eingehen möchte, denn das ist einer der ganz wichtigen, ganz bekannten sozusagen Gegenentwürfe zur klassischen Rhetorik, ein bewusst antipersuasiver Ansatz in der Rhetorik-Theorie. Karen A. Foss ist ihre Zwillingsschwester. Die ist eben auch Professorin am Department of Communication der University of New Mexico. Die hat auch ein ähnliches Profil, hat viel zu Queer Rhetoric gearbeitet. Der dritte im Bunde, Robert Trapp, ist Professor an der Willamette University und der macht vor allem Argumentationstheorie und dann so Alltagsargumentation, also die Form von Argumentationstheorie und Argumentationsanalyse, die uns Rhetoriker natürlich am meisten interessiert. Und wir schauen uns jetzt an das Einführungskapitel. Am vorne in dem Buch ist natürlich ein Einführungskapitel und das heißt An Introduction to Rhetoric. Da wird mal gesagt, was Rhetorik ist. Und das ist sehr interessant, weil man da sieht, das ist im Grunde so ein ganz klarer postklassischer Ansatz. Und ich lese es vor. For us, Rhetoric is the human use of symbols to communicate. We believe this definition is broad enough to cover most contemporary use of the term, including the perspectives offered by the theorists who are the subjects of the chapters that follow. To clarify, we discuss each of the key components of this definition. Human symbols communicate. Und diese drei Elemente werden dann im Einzelnen weiter entfaltet in dem Einleitungskapitel. Das interessiert uns jetzt nicht so. Hinweisen möchte ich Sie dann da noch drauf, auf den Satz We believe this definition is broad enough to cover most contemporary uses of the term. Das heißt, das ist eben auch ganz klar so ein Deskriptiver Ansatz. Die gucken eben auf bestimmte Theoretiker und sagen, ja, was für einen Rhetorikbegriff braucht man eigentlich, dass man sozusagen einen übergeordneten Begriff haben kann, übergeordnetes Konzept, unter dem man die alle drunter packen kann. Wir gucken uns jetzt weiter noch an, aus ziemlich weit hinten aus diesem nicht sehr umfangreichen Einleitungskapitel. Ein Zitat, ein etwas umfangreicheres Zitat, The Reproachment. Also die Annäherung. Und das ist ein Wort oder ein Begriff, der immer wieder in so postklassischen Ansätzen gebraucht wird, für die Verhältnisbestimmung sozusagen von Rhetorik, Theorien und Theorien außerhalb der Rhetorik. Also Rhetoriktheorie wird nun ganz stark begriffen als etwas, bei dem etwas zusammenkommt, sich etwas annähert. Und was kommt dort zusammen? The reproachment of rhetorical, philosophical, literary, psychological and mass communication studies that characterizes contemporary approaches to Rhetoric is evidence of yet another revival of interest in the study of rhetorical processes. Whether or not these scholars in these disciplines use the term Rhetoric, das ist auch interessant, müssen wir noch drüber sprechen, To define their interests, they share a concern for how symbols function, personally, socially and epistemologically, in the human world. They formulate theories of rhetoric that investigate the possible relationships between thought and discourse, as well as pragmatic theories that explore what humans do with discourse. Whatever aspect of the rhetorical process receives attention, there is a recognition that rhetoric is both a use of symbols and a mode of approaching the phenomena of discourse. Das ist ein Zitat, in den einfachen Anführungszeichen, aus einem Aufsatz von Donald Bryant, den werden wir auch noch kennenlernen. Das ist ein wichtiger Rhetoriktheoretiker der 50er, 60er bis in die 70er Jahre. Sehr wichtiger, sehr berühmter Mann. The individuals whose work is discussed in the following chapters represent the diversity that exists among those who study human symbols. Also diversity. Das ist auch wieder so ein Zentralkonzept, eben Pluralität. Es wird gar nicht als Wert erachtet, nur eine möglichst enge Definition von Rhetorik, sondern eine enge Definition des rhetorischen Feldes zu versuchen, sondern man möchte eigentlich dieses Feld möglichst ausweiten. Eben auch deswegen, weil das so ist, wie die Forschung in den USA eben funktioniert. Also interdisziplinäre Annäherung ist vielleicht der erste Punkt. Rhetorik mit Philosophie, Literaturwissenschaft, Psychologie, Massenkommunikation. Also da kommen Fächer sozusagen zusammen und es kommen auch Interessen der Fächer oder an... Ja, eine Anfrage dieser Fächer an die Rhetorik, was die Rhetorik da an Begriffen und an Konzepten liefern kann, mit denen dann in diesen Fächern wieder unter rhetorischem Vorzeichen weitergearbeitet wird. Rhetorik rückt also irgendwie so ins Zentrum, als so ein Schlüsselbegriff ins Zentrum dieses dann doch sehr interdisziplinären Gefüges. Und wichtig, die Theoretiker und Theoretikerinnen müssen das Wort Rhetorik selbst nicht einmal benutzen. Das ist also auch sehr interessant, finde ich. Sie teilen ein Interesse am Zeichengebrauch. Das ist sozusagen der Klammerbegriff, des Klammerkonzepts, Zeichengebrauch. Das ist also ein sehr weiter Begriff, der eben mit Kommunikation durch Symbolgebrauch erklärt wird. Das ist der letzte Satz, among those who study human symbols. Also Symbolgebrauch durch Menschen, darum geht es. Zeichentheorie, sowas wie eine Art soziale Symbiotik, wird von den drei AutorInnen als Rhetorik bezeichnet. Das ist also eine erstaunlich weite Definition, also für uns Tübinger, die wir stark diesen klassischen Hintergrund haben. Das ist eine geradezu ausufernde, ubiquitäre Definition von Rhetorik, aber eben im amerikanischen Theoriediskurs seit den 70er, 80er Jahren, muss man sagen, das Feld öffnet sich und weitet sich dann immer mehr, überhaupt nicht ungewöhnlich. Und das muss man als solches erst einmal als gegeben akzeptieren, das muss man deskriptiv sozusagen beschreiben und nicht gleich sagen, das ist ja gar keine Rhetorik und mit allzu normativen Begriffen da rangehen. Denn dann wird man sozusagen dieses Feld der Rhetorik in den USA überhaupt nicht verstehen. Nun, welche Autoren und Autoren werden dort behandelt? Und da haben wir so ein bisschen Déjà-vu-Erlebnis, weil wir einige schon kennen aus der letzten Vorlesung. Richards, Grassi, Perelmann und Olbretz-Tütekar, Stephen Toulmin, Richard Weaver, Kenneth Burke, Jürgen Habermas, Belle Hooks, Jean Baudrillard, Michel Foucault. Und da ist auch nochmal ganz wichtig, den Titel des Buches sich nochmal in Erinnerung zu rufen, Perspectives on Rhetoric. Es sind eben Perspektiven auf die Rhetorik, auf rhetorische Theorie, die eben vielfach, im beträchtlichen Teil, wenn wir die Liste gleich nochmal etwas genauer angucken, von Vertreterinnen und Vertretern anderer Fächer gebraucht werden. Und diese Vertreter verwenden zum Beispiel das Wort Rhetorik selber nicht einmal, entwickeln aber trotzdem aus der Sicht der Rhetorik eine Perspektive auf die Rhetorik. Nochmal kurz die Namen vielleicht und was in dieser Vorlesung vorkommt. Richards wird vorkommen, der spielt für die Rhetorik eine zentrale Rolle. Ernesto Grassi nicht, denn das ist ein Italiener, kein amerikanischer Rhetoriktheoretiker, das ist ein Renaissance-Forscher, der lange an der Universität München so einen Lehrstuhl für Renaissance-Forschung hatte. Der spielt in Deutschland eigentlich mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr, hatte aber in den USA in den 80er Jahren vor allem eine ganz starke Position. Da wurden seine Texte ins Englische übersetzt. Er ist dann auch aufgetreten auf verschiedene Tagungen und er ist eigentlich im Kontext der Postmoderne ein ganz interessanter Theoretiker, weil er über das Wesen vom Mythos und von Metaphorizität ganz stark nachgedacht hat und war da ein wichtiger Philosoph sozusagen. Der hat eigentlich in den USA wesentlich stärker gewirkt als in Deutschland, würde ich sagen. Dann Perlmann und Olbrecht-Stüttecker kommen in dieser Vorlesung auch nicht vor, weil die haben in Brüssel gelehrt. Tulmin ist eigentlich Brite, hat aber in den USA die meiste Zeit gelehrt. Das sind Argumentationstheoretiker wie Perlmann und Olbrecht-Stüttecker ja auch. Da werden wir uns ein bisschen angucken, tatsächlich die Rezeption der Theorien von Tulmin in der amerikanischen Rhetorikforschung. Am Beginn der 60er Jahre ist Tulmin entdeckt worden und hat dann ganz, ganz stark gewirkt, auch in einem erneuerten oder erstarkenden Interesse an Fragen der Argumentationstheorie. Tulmin selber kann man sagen, hat sich eigentlich im Fachrhetorik so nach meiner Kenntnis jedenfalls nie wirklich sehen lassen. Der war nie auf Tagung, hat auch nie versucht ins Gespräch zu kommen mit Rhetorikforschern. Bei Perlmann war das ganz anders. Der war seit den 1960er Jahren immer wieder Gast auf rhetorischen Tagungen in den USA, als einer der wenigen Ausländer überhaupt. La Nouvelle Rhetorique von 1958 wurde dann 1969 auch ins Englische übersetzt. Und Jahrzehnte bevor das Werk in deutscher Sprache erschien, 2004 erschien, erst eine deutsche Übersetzung. Also das Perlmann war in der amerikanischen Rhetorikszene viel, viel präsenter. Und diese Übersetzung von 1969 hat natürlich auch nochmal einen Rezeptionsstub ausgelöst. Und Perlmann ist dann wirklich ein ganz zentraler Argumentationstheoretiker geworden. Also Richard Weaver, den behandle ich, der spielt auch eine gewisse Rolle, so im Verhältnis Richards, Weaver, Burke. Kenneth Burke wird ohnehin behandelt in der Vorlesung, das ist vielleicht der zentrale Gewerrsmann der New Rhetoric. Weaver und Burke kannten sich übrigens, weil Burke an der University of Chicago lehrte in den 30er Jahren. Also da gibt es auch einen Briefwechsel und auch eine persönliche Bekanntschaft. Jürgen Habermas, ein deutscher Philosoph und Soziologe, der hat eine wichtige Hintergrundtheorie formuliert in seinem Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit von 1962. Da geht es also um ein Konzept der bürgerlichen Öffentlichkeit. Und diese Forschung von Habermas werden so seit den 70er Jahren rezipiert in der Frage, welche Rolle spielt eigentlich rhetorische Kommunikation, Diskursivität in der Public Sphere. Also da gibt es sozusagen rhetorische Ansätze, die dieses Öffentlichkeitskonzept von Habermas für die Rhetorikforschung fruchtbar machen. Und insofern wird er in dieser Vorlesung auch vorkommen, aber eben nur eben auch wieder auf dieser Rezeptionsseite. Berle Hooks ist eine Literaturwissenschaftlerin und feministische Aktivistin. Das ist so im Bereich Cultural Studies. Jean Baudrillard ist ein französischer Medientheoretiker der Postmoderne, bekannt vor allem für seine Überlegungen zum Konzept der Simulation. Michel Foucault schließlich, ebenfalls Franzose. Da sind ganz wichtig seine Arbeiten zur Geschichte von Diskursen und von Machtverhältnissen, die dann eben auch in der Rhetorikforschung rezipiert werden. Zum Beispiel ganz, ganz zentral in dem Konzept der Critical Rhetoric bei Ramey Maccaro. Das ist eigentlich ein Ansatz, der Foucault, die Diskursanalyse von Foucault für die Rhetorik fruchtbar macht. Die Theoretikerinnen und Theoretiker in diesem Band haben natürlich einen ganz unterschiedlichen Status. Das ist den drei HerausgeberInnen auch bekannt. Sie stellen auch drei Kriterien auf, wer soll eigentlich in dem Band aufgenommen werden, was haben wir uns dabei überlegt, wen wir aufnehmen und wen wir nicht aufnehmen. Und von diesen drei Kriterien, die Sie hier auch noch mal sehen, sollen zwei erfüllt sein. Der erste ist, die sollen eben irgendwie eine kohärente Theorie formuliert haben, in der es um die Study of Symbolicity geht. Das erfüllen alle der Theoretiker in dem Band. Sie sollen zweitens eine Perspektive auf eine Theorie der Rhetorik entwickeln. Und drittens die Fachcommunity, also die rhetorische Fachcommunity, sollte ihre Forschung als wichtigen Beitrag zur Rhetorik ansehen. Richards, Weaver, Burke, Perlmann, Olbretz, Tüteka, Grassi erfüllen für Phosphos und Trap alle drei Kriterien. Anders verhält es sich mit den Theorien von Toulmin, Foucault, Baudrillard, Habermas und Bell Hooks. Diese entwickeln keine explizite Perspektive auf eine rhetorische Theorie. Aber innerhalb der kommunikationswissenschaftlichen und natürlich auch rhetorischen Fachcommunity sind diese Beiträge dann doch irgendwie ganz zentral und relevant und wichtig für die Formulierung einer Theorie der Rhetorik angesehen worden. Die erfüllen also das dritte Kriterium und mit Ramey Maccaro und seiner Critical Rhetorik habe ich ja eine solche Theorie auch schon genannt. Und die versteht man eben nicht, ohne dass man den Foucault zur Kenntnis nimmt. Was nimmt man aus diesem Buch also mit? Ich kann das Buch, wie gesagt, sehr empfehlen. Die einzelnen Kapitel sind in sich abgeschlossen. Die bieten jeweils einen sehr guten eben monografischen Zugang zu dem jeweiligen Theoretiker oder der Theoretikerin. Und das Buch zeigt eben in der Komposition, in der Zusammenstellung und auch in der Programmatik, wie sehr in den USA Rhetorik eben eine inter- und multidisziplinäre Forschungsrichtung geworden ist. Das war, das haben wir im Verlauf der nächsten zwei Vorlesungen sehen, eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eben noch nicht so. Und das hängt eben mit diesem Übergang von klassischen zu postklassischen Rhetoriktheorien in der New Rhetoric zusammen. Es gibt aber auch Bücher, und das gucken wir uns jetzt an, die ein bisschen näher an der klassischen Theorie stehen. Das ist dieser Band Contemporary Rhetorical Theory, A Reader von Mark Porovacchio und Celeste Condit. Da Band erschien in erster Auflage 1999, ein bisschen anderes Herausgeberteam. Die zweite Auflage wurde dann 2016 publiziert. Und das ist, wie gesagt, eine Textsammlung. Da hat es eben Aufsätze und Buchkapitel von wichtigen Theoretikerinnen und Theoretikern drin, die dann auch so systematisch zusammengestellt werden. Wer sind die beiden Herausgeberinnen? Ganz kurz, Mark J. Porovacchio ist Associate Professor for Forensics. Das ist also die Debatte, was wir heute uns in Deutschland als Debatte bezeichnen würde, am Department of Speech Communication der Oregon State University. Und Celeste Michelle Condit, das ist eine sehr wichtige Frau in der amerikanischen Rhetorikforschung, die ist Distinguished Research Professorin am Department of Communication Studies der University of Georgia. Das ist eben eine ganz wichtige Frau mit wichtigen Publikationen zu Themen wie der Rhetorik der Abtreibung, der Rhetorik der Genetik, zu 9-11. Und an solchen Themen sieht man auch schon, was in diesen sozusagen postklassischen Rhetoriktheorien so an Themenspektrum, was es da gibt. Porovacchio und Condit kommen aber doch, anders als Phosphors und Trapp, deutlich stärker von der klassischen Tradition her. Also sie kommen da zumindest her. Das zeigt eben eine schöne Definition der Rhetorik, die sich gleich am Beginn des Einleitungskapitels findet. Da werden vier Elemente unterschieden. Und das ist eben etwas, wo wir sagen können, ja, das ist im Grunde ein neo-aristotelischer Ansatz. Vier Elemente sind, erstens Kontingenz, es geht in der Rhetorik um Wahrscheinlichkeiten, Probabilities, nicht um Gewissheiten. Zweitens, Rhetorik hat es zu tun mit dem öffentlichsten Diskurs, Public Discourse, das ist der Gegenstand der Untersuchung. Drittens, Persuasion steht im Zentrum der Rhetorik, also Überzeugung. Es wird dann auch kurz definiert von den beiden, Affect, Belief and Behavior through the Power of Symbolic Interaction. Viertens, sowas wie Situationalität oder Kontextualität, dass sich eben die Bedeutung einer rhetorischen Äußerung immer aus den bestimmten Erfahrungen, dem bestimmten Publikum und zu einer bestimmten Zeit ergeben. Also die Situiertheit rhetorischer Kommunikation, das ist ja was ganz Zentrales. Und das werden wir auch in der nächsten und übernächsten Sitzung noch sehen. Denn mit dieser sozusagen Komponente der Kontextualität und Situationalität, da hat man eben versucht, die Rhetorik von der Literaturwissenschaft zu trennen und aus dem institutionellen Verbund der Literaturwissenschaft dann auch zu lösen. Das ist da also ein Argument. Es gibt dann ein weiteres Argument. Only once a public or the citizenry is persuaded to endorse and act upon communally shared goals that history moves forward or backward in significant ways. Das ist also im Grunde so eine ähnliche Theorie, wie wir es bei Joachim Knappe auch finden. Was ist Rhetorik? Sozusagen die Idee, dass Rhetorik so eine Art Kultur, Bewegung eine entscheidende Größe ist, mit der Bewegung, Fortschritt, aber sie sagen eben auch Rückschritt in die Menschheitsgeschichte kommt. Und eine weitere wichtige historische Entwicklung zeigen sie auf, indem sie sagen, ja, es gibt eben eine Krise der Rhetorik oder es gab eine Krise der Rhetorik in der Aufklärung und in der Moderne. Das ist sozusagen die ganze institutionelle Seite der Rhetorik im 18. Jahrhundert. Es gab aber zugleich einen Aufstieg der Public Sphere im Warenverkehr, in dem, was sie Political Decision Making nennen. Es gab also eine Marginalisierung der Theorie der Rhetorik, aber eigentlich ein stärker werden rhetorischer Phänomene in der Öffentlichkeit. Also da geht sozusagen eine Art Schere auseinander. Und sie sagen dann, In recent years, however, there has been an explosion of interest in the study of rhetoric and an increasing number of scholars from disciplines such as English and Composition, philosophy and critical cultural studies, economics, law, political science and social psychology currently identify themselves as rhetoricians. Rhetorik also, wie gesagt, auch wieder hier ein multi- und interdisziplinäres Unternehmen. Die Diagnose ist eben ähnlich wie bei Phosphorus und Trap. Rhetorik als Fach, als Disziplin existiert im Grunde nicht, jedenfalls eben nicht im Sinne einer Idee, einer disziplinären Geschlossenheit mit Festlegung auf bestimmte Grundbegriffe, auf Methoden und Erkenntnisinteressen. Es gibt eben in den einzelnen Fächern Kolleginnen und Kollegen, die von sich selber sagen, Ich bin Psychologe, aber als Psychologe habe ich einen rhetorischen Ansatz, bin Rhetorician. Und sie unterscheiden dann, und das ist im Grunde nochmal diese zentrale Rolle in der Theoriegeschichte des 20. Jahrhunderts, die der New Rhetoric dann spielt, dass es im Grunde zwei Epochen gibt. Das ist letztlich meine Unterscheidung zwischen klassischer und postklassischer Rhetoriktheorie. Vor 1960, sagen die beiden HerausgeberInnen, basierte die Rhetoriktheorie eben wesentlich auf Aristoteles, auf der Rhetorik des Aristoteles. Rhetoriktheorie, schreiben Sie, war eine Übung in Intellectual History. Das ist ein bisschen abschätzig und kritisch auch tatsächlich gemeint. Das heißt, man hat halt die klassischen Texte der antiken Rhetoriktheorie immer wieder gelesen, immer wieder übersetzt, kommentiert von vorne nach hinten und von rechts nach links. Aber damit ist die Idee auch verbunden, ist auch eine bestimmte Form der Erstarrung eingetreten. Neueinsätze in der Theorie mussten sich den pädagogischen Zielen der Erschaffung von effektiven Rednern unterordnen. Das ist eben auch die Idee, und das werden wir auch nächstes Mal und übernächstes Mal sehen, dass die Rhetoriktheorie immer auch einen Blick ganz stark auf die Praxis hat und das Fachrhetorik eben ganz stark auch damit beschäftigt war, tatsächlich Redner auszubilden, Redner und Rednerinnen auszubilden. Diese Beschäftigung mit den Klassikern, das werden wir mal in der übernächsten Sitzung sehen, 1920er Jahre, Cornell University spielt da eine große Rolle, die Cornell School of Rhetoric spielte da eben eine ganz zentrale Rolle. Und ich habe vorhin ja schon gesagt, fast alle Rhetoriktheoretiker der 50er, 60er, 70er Jahre haben eben als Rhetorikhistoriker begonnen und stehen eben in dieser klassischen Tradition, auch in dem Moment, in dem sie sich von der klassischen Tradition abwenden oder zumindest die klassische Theorie anreichern, ergänzend um solche neuen postklassischen Ansätze. Dann eben nach 1960 zwei ganz wichtige kommunikative Rahmenbedingungen, die sich nun verändern und diese Rahmenbedingungen haben dann eben auch ganz zentral Auswirkungen auf die Formulierung einer rhetorischen Theorie. Das erste ist, was sie sagen, das Meteoric Rise des Fernsehens als primär Massenmedium und damit zusammenhängt eben eine veränderte Bedeutung von Öffentlichkeit und öffentlichem Diskurs. Das ist was ganz Zentrales. Also was ist eigentlich der Adressat eines massenmedialen Kommunikats? Da gibt es ja auch den Begriff des dispersen Publikums in der Massenkommunikationstheorie. Und das ist eben sozusagen etwas, was in der klassischen Rhetoriktheorie gar nicht vorgesehen ist, sondern die klassische Rhetoriktheorie funktioniert ja primär in Face-to-Face-Situationen, also das, was Knappe situativig nennt, und funktioniert auch, wenn man an die athenische Demokratie denkt, sozusagen in solchen sozialen Settings, in denen es eigentlich kleine und vergleichsweise homogene Gruppen gibt. Was ist nun, wenn man sozusagen diese Diversität hat, wie adressiert man da ein Publikum? Das ist also etwas, was sich dann auch unmittelbar in der Theoriebildung niederschlägt. Der zweite Punkt ist das, was sie Emergence of Significant Grassroots Social Movements nennen. Das ist also die Frage, ab den 40er, 50er Jahren, dass nun auch oppositionelle Gruppen, marginalisierte Bewegungen von unten, Bürgerrechtsbewegungen, kommunikativ auch in Erscheinung treten, also Protestbewegungen, die sich artikulieren. Und wie integriert man die eigentlich in so eine klassische Rhetoriktheorie? Kann man sagen, ja, die kommt da eigentlich gar nicht vor, wenn man an die Oratortheorie von Joachim Knabe denkt und an den Begriff wie den des Vorsprechers. Der Orator ist ja der Vorsprecher, der sein Publikum wie ein Dirigent lenkt. Das heißt, das ist eine spezifische, ganz bestimmte Modellierung der Oratorrolle. Und da ist eben die Frage, solche Figuren in der Bürgerrechtsbewegung, die sind ja gar nicht vorgesehen eigentlich in so einer klassischen Theorie. Für die gibt es gar keine Oratorrolle. Wie sollen die als Dirigent überhaupt in Erscheinung treten? Und das spielt eine ganz zentrale Rolle. Und in dem Kontext rückt auch überhaupt der Zusammenhang von Rhetorik und Sozialtheorie in den Mittelpunkt. Also überhaupt so ein soziologischer Ansatz, auch dann ein wissenssoziologischer Ansatz auf die Rhetoriktheorie. Das sind dann die 70er und frühen 80er Jahre. Franklin Heyman und vor allem Robert L. Scott, der uns noch verschiedentlich beschäftigen wird, stehen da als zwei ganz, ganz wichtige Theoretiker im Zentrum. Scott beschäftigt sich mit der Rolle der Rhetorik zum Beispiel bei der Konstruktion von Wahrheit, also ein wissenssoziologischer Ansatz. Und da schreiben die beiden Herausgeber, Scott argued that rhetoric is not simply a means of making the truth effective, but is quite literally a way of knowing. A means for the production of truth, a knowledge in a world where certainty is rare and yet action must taken. Also da wird sozusagen diese klassische aristotelische Rhetoriktheorie in eine Theorie sozusagen der Wissenssoziologie überführt. Und das war auch sehr einflussreich. Wenn man mal guckt, weiter guckt, welche so vier Felder gibt es vielleicht, in denen sich dann die Rhetoriktheorie seit den 60er Jahren entwickelt, dann ist eben eines dieser Felder, das was ich eben mit Scott genannt habe, eben die Frage Rhetorik, die Rolle der Rhetorik bei der Produktion von Erkenntnis und Wissen, zum Beispiel auch die Rolle der Rhetorik in naturwissenschaftlichen Kontexten, bei der Produktion von Wissen, zum Beispiel in Laboren, bei der Aufzeichnung von Forschungsdaten, bei der Präsentation von Forschungsergebnissen. Rhetoric of Science ist ein ganz klares Stichwort. Das zweite hatte ich mit Habermas ja schon erwähnt, Rhetorik und Konzepte von Öffentlichkeit. Also dieser ganze Bereich Public Sphere spielt eine große Rolle in den USA. Überhaupt Rhetorik und deliberative Demokratie, also wie werden eigentlich in der Demokratie durch Verhandlungsprozesse Entscheidungen getroffen und welche Rolle hat der Bürger eigentlich in diesen Prozessen? Das wäre dann das Verhältnis von Rhetorik und Citizenship. Dann eben die Frage, die auch eine zentrale Rolle seit den 60er Jahren spielt, sozusagen die Frage der sozialen Situiertheit und Kontextualität rhetorischer Kommunikation. Lloyd Bitzers The Rhetorical Situation von 1968 spielt da eine ganz zentrale Rolle. Das ist vielleicht der meist zitierte Aufsatz in der neueren Rhetoriktheorie. Und da ist eben ganz klar, das ist kein Orator-Modell, der mächtige Orator, wie er die antike Rhetoriktheorie konzeptualisiert, sondern da ist der Redner eigentlich jemand, der sozusagen in bestimmten sozialen Situationen reagiert. Der ist also gar nicht situationsmächtig, sondern der ist jemand, der eigentlich sich in die Situation einordnen muss und dann in der Situation agieren kann. Also da gibt es letztlich dann eine ganz deutliche Abkehr eben vom Redner-Modell, vom Orator-Modell der klassischen Rhetoriktheorie. Und das vierte, das ist das Verhältnis von Rhetorik und politischem Wandel. Was es dann gibt 1970 als Reaktion auf diese Pluralisierung der Rhetoriktheorie in den 1960er Jahren, ist eine große Tagung oder besser gesagt eine Serie von Tagungen 1970. Das ist das sogenannte National Development Project on Rhetoric. Da wurden ausgewählte Aufsätze dann publiziert in einem Sammelband, den Bitzer & Black herausgegeben haben, The Prospect of Rhetoric 1971. Und den werden wir noch sehen, das ist eine erste Bestandsaufnahme. Wie entwickelt sich in diesen zehn Jahren der New Rhetoric die Rhetorik und zwar einer ganz hohen Dynamik und was gibt es jetzt für das nächste Jahrzehnt, wie machen wir sozusagen weiter. Aus diesen Statements und Vorträgen in dem Sammelband The Prospect of Rhetoric von 1971 werden wir auch noch genauer angucken müssen, lässt sich entnehmen, dass Rhetorik nun Anfang der 70er Jahre keine Disziplin mehr ist, die das Reden in der Öffentlichkeit lehrt. Also dieser ursprüngliche Ansatz, Rhetorik bildet Redner aus, die in der Öffentlichkeit Reden halten, auch mit so einer Idee, dass das für so eine Idee von Citizenship eine Teilhabemöglichkeit an der Demokratie wichtig ist. Das spielt jetzt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, sondern, schreiben die beiden HerausgeberInnen, but rather that to be rhetorical was a central and substantial dimensions of many facets of the human social experience. Das heißt, es gibt auch so einen eher globalen rhetoriktheoretischen Ansatz. Rhetorik rückt also ins Zentrum der Wissenschaften dann auch, das ist dieses Stichwort Rhetoric of Science, nicht mehr bloßes Anhängsel, keine bloße Vermittlungsinstanz, die Beschäftigung mit Rhetoriktheorie jenseits eben des historischen Interesses dominiert nun. Rhetorikgeschichte und das, was man eben in der klassischen Rhetoriktheorie macht, tritt in den Hintergrund. Und für diese Frage sozusagen Rhetorik und Wissenschaften, Rhetorik, das Rücken in das Zentrum der Wissenschaften, hat der amerikanische Rhetorikwissenschaftler Herbert Simons, der ist auch sehr wichtig, werden wir auch noch sehen, auch gerade für dieses Thema Protestbewegung und Rhetorik, den Begriff des Rhetorical Turns mal geprägt in einem Sammelband von 1990. Das ist also sozusagen das, was man sagen kann, das, was sich nun ereignet, wenn man so will. Die Wissenschaften selber werden nun rhetorisch. Zum dritten Buch nun. Das ist dieser Forschungsbericht über die Rhetorikgeschichte, die Erforschung der Rhetorikgeschichte, The Present State of Scholarship in the History of Rhetoric. Da sehen wir gleich diesen Prozess der Pluralisierung der Rhetorik noch viel stärker. Wir gucken uns natürlich hier das Kapitel Contemporary Rhetoric an, diese Bände in den unterschiedlichen Auflagen, haben immer sechs Epochenkapiteln. Das erste Kapitel ist natürlich die antike Rhetorik, und da geht es eben durch die Epochen der Rhetorikgeschichte so durch, Mittelalter, frühe Neuzeit und so weiter. Und wir gucken uns eben das Kapitel jeweils über die Gegenwart an und gehen da auch gar nicht so furchtbar stark in die Tiefe, sondern gucken vor allem an, was für Felder werden dort definiert, also welche Forschungsfelder werden dort identifiziert. Und da werden wir in den einzelnen drei Auflagen sehen, dass es tatsächlich eine immer stärkere Ausfächerung, Pluralisierung der Rhetorik gibt. Und das ist ja der Trend, den ich Ihnen auch schon genannt habe. Vielleicht noch mal ganz kurz, wer sind die HerausgeberInnen? In der ersten und zweiten Auflage ist es Winifred Brian Horner. In der dritten Auflage Linnea Louis Gaylord. Winifred Brian Horner war an der dritten Auflage noch beteiligt und Gaylord hat es dann übernommen. Winifred Brian Horner war an der University of Missouri, Professor of English, und an der Texas Christian University, Professor of rhetoric. Das ist auch eine ganz wichtige Frau, eine ganz wichtige Figur im Feld der Rhetorik. Frau Gaylord ist Associate Professor, oder war damals 2010, Associate Professor an der Georgia State University. Die haben beide sehr viel im Bereich der Rhetorikgeschichte gearbeitet, im Bereich sozusagen der, zum Beispiel Rezeption schottischer Rhetoriktheorie in den USA im 19. Jahrhundert. Das wird ein Thema in der nächsten Vorlesung sein. Die Autoren nun der einzelnen Kapitel, also dieser Kapitel Contemporary Rhetorik, ist in der Auflage 1 und 2 James Kenevy. Das ist auch einer der ganz wichtigen Rhetoriktheoretiker, vor allem dann im Bereich Composition Studies. Und in der dritten Auflage ist es Christa Radcliffe von der Marquette University in Milwaukee, die ist Professor of English. Also diese drei Auflagen gucken wir uns an und vergleichen die ein bisschen. Hier sehen wir zwei Auflagen. Das ist die Auflage von 1990 links. Man sieht also, dass die Struktur des Buches unverändert geblieben ist, aber die einzelnen Autoren haben sich natürlich verändert. 1983 ist es James Kenevy, und das gucken wir uns an, wie er diesen Band gliedert. Also es geht wirklich nur um die einzelnen Abschnittsüberschriften, die er macht, um die Gliederung dieses Feldes. Und diese 14 Felder werden von ihm als Promising Areas of Study in Contemporary Rhetorik identifiziert. Und ich gehe im Einzelnen relativ knapp durch, also husche so ein bisschen durch die einzelnen Kapitel, auch weil da sehr viele Namen genannt werden, die sie jetzt auch noch gar nicht kennen und Richtungen auch vorgestellt werden, auf die wir im Verlauf der Vorlesung dann noch zu sprechen kommen werden. Also Situation spielt eine Rolle, Situation und Kontext, da kommt Bitsche natürlich rein. Dann Communication Theory, Hermeneutics, Pragmatics, da gibt es kommunikationstheoretische Ansätze, die behandelt werden. Hermeneutik, also sowas wie Hans-Georg Gadamer, der deutsche Philosoph. Informal Logic, also Argumentationstheorie, dann Fragen der Epistemologie. Der Informationstheorie des Journalismus, Technical Writing spielt in den USA eine ganz große Rolle. Da gibt es auch eigene Studiengänge, eigene Professuren, also Schreiben zum Beispiel in technischen Berufen. Propaganda, Political Rhetoric, Commercial Advertising, auch das ist ja schon ein Riesenfeld. Auch das Feld der Propaganda gehört für viele Rhetoriker in den USA zum Forschungsfeld der Rhetorik dazu. Religious Oratory. Dann eben Rhetorical Criticism, da werden wir auch viel drüber sprechen müssen. Also die Untersuchung von rhetorischen Objekten mit rhetorischen Methoden. Women's Voices, also die ganze Frage Frauen als Rednerinnen. Da hat die feministische Literaturwissenschaft tatsächlich seit den 70er Jahren vorgearbeitet und die Rhetorik knüpft dann da seit den 80ern ganz stark an. Ist heute eine ganz zentrale Richtung. Werden wir auch gleich noch sehen in der amerikanischen Rhetoriktheorie. Dann Self-Expression, Composition, eben mit Richtung auf Literatur, of Creative Writing, Mass Media and Small Media Group, da geht es um Marshall McLuhan und andere Medientheoretiker, Semiotik, Semiology, jetzt um Umberto Eco, Roland Barth, Charles Sanders Peirce, Roman Jakobsson. Dann Rhetoric as Metaphor, da geht es also sozusagen um die Master Trope, der Rhetorik, die Metapher. Auch mit Blick auf Figuren, die wir jetzt zum Teil schon kennen. Friedrich Nietzsche, Roland Barth, Paul de Marne, die Dekonstruktion, kommt hier vor Jacques Derrida. Und eben ganz wichtig, weil das eigentlich immer Kinevis eigenes Gebiet war, Portionsgebiet, aber auch Lehrgebiet war, Rhetoric and the Teaching of Composition, also Schreiben in den Wissenschaften, das ist in den amerikanischen Departments eine ganz zentrale Richtung der Rhetorik. Ergebnis, in diesem ganz, ganz schnellen Durchgang durch diese 14 Felder, das ist sehr, sehr viel. Also man sieht, Rhetorik ist eine unglaublich breit gefächerte Sache geworden, die in ganz, ganz unterschiedlichen Disziplinen natürlich dann auch eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt gucken, in die nächste Auflage von 1990, wieder ist Ginevi der Autor, der seinen Artikel überarbeitet hat. Der ist also nicht komplett neu geschrieben, aber er hat hier und da geguckt, was ist jetzt eigentlich in den knapp 10 Jahren, 8 Jahren, was ist da eigentlich an neuer Forschung passiert, welche neue Forschungsfelder vor allem haben sich rauskristallisiert. Und das sind vor allem vier, die dann für die 80er Jahre ganz zentral sind. Rhetoric of Science, werden wir auch noch zu tun haben. Charles Spazerman, Alan Gross, Alan Gross ist einer, der eine ganz einflussreiche Figur aus University of Iowa, werden wir uns noch angucken. Das ist ab den 80er Jahren ein ganz zentrales Forschungsfeld. Dann Women's Studies and Gender Studies, hängt ja in der vorigen Auflage schon an, aber in den 80er Jahren ist das etwas, was wirklich boomt und was seither auch nicht schwächer geworden ist, muss man sagen. Rhetoric and the Teaching of Composition, auch nochmal etwas, was auch stärker geworden ist. und neu 1990 Computers and Rhetoric. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, das ist heute natürlich schon wieder historisch, aber die 80er Jahre sind ja das Jahrzehnt, in dem man anfängt, mit Computern Texte zu schreiben, in denen die ersten Textverarbeitungsprogramme auf den Markt kommen. Word Perfect war ein ganz berühmtes damals, die ersten Versionen von Word erscheinen. Und Textverarbeitungsprogramme, das Schreiben mit dem Computer, das ist für uns heute natürlich etwas völlig Normales. Ob das verändert, natürlich ganz zentral und tiefgreifend die Art und Weise, wie wir Texte schreiben. Denn vorher mit der Schreibmaschine oder mit der Hand konnte man nicht einfach Dinge einfügen. Das Überarbeiten von Texten war sehr schwierig. Man musste immer wieder neue Dinge abtippen oder abtippen lassen. Es gab Schreibbüros, die nichts anderes gemacht haben, als Texte abschreiben. Wenn man was eingefügt hat, hat man Blätter auseinandergeschnitten, Absätze ausgeschnitten, mit Klebstoff auf ein neues Papier geklebt und hat die Dinge dann wieder abschreiben lassen. Das heißt, der Computer tatsächlich verändert hier ganz fundamental, also eine neue Medientechnik, die Art und Weise, wie wir Texte schreiben. Und diese neue Art, wie wir Texte schreiben, findet dann natürlich auch Eingang in die Composition Studies. Denn wir schreiben heute nur noch ganz wenig mit der Hand. Es ist heute völlig normal, dass wir mit dem Computer schreiben oder mit dem Handy zum Teil sogar schreiben, zum Teil auch diktieren. All diese neuen Medientechniken verändern eben das Schreiben und verändern dann natürlich auch das Lehren des Schreibens. Jetzt gucken wir nochmal. 20 Jahre später, der Artikel von Radcliffe. Und jetzt wird es, das werden wir gleich sehen, jetzt wird es erst richtig unübersichtlich und komplex. Jetzt wird man sehen, wie die Forschungsfelder sich erst wirklich sozusagen ausdifferenzieren. Und ich will nochmal ein Zitat, bevor ich diese Research Areas Ihnen vorstelle, nochmal ein Zitat aus dem Eingangsabsatz dieses Aufsatzes vorstellen. Und da kommt jetzt, was wir jetzt schon häufiger gesehen haben, so Auflistung von Disziplin. Also es geht immer mehr sozusagen um die Frage Rhetorik und Literaturwissenschaft, Rhetorik und Psychologie. Ich lese es Ihnen vor. The present state of scholarship in 20th and 21st century Rhetorik studies is diverse. Rhetorik in multiple guises has permeated a variety of academic disciplines such as Advertising, Anthropology, Classics, Communication, Critical Theory, Economics, Ethnic Studies, Law, Literary Studies, Management, Marketing, Medicine, Natural Sciences, Philosophy, Psychology, Rhetorik and Composition, Theater, Theology, Transnational Politics, and Women's and Gender Studies. Because tracing scholarship in all these disciplines is beyond the scope of this book, this chapter focuses on the diversity of the 20th and 21st century scholarship that informs Rhetorik and Composition Studies. That means this rhetoric and this long list which is not systematized because it is because there is a systematical Ansatz already in alphabetical Reihenfolge genannt. This is now central also the Verhältnisbestimmung from Rhetorik and these other Disziplines. She formuliert then and there will you see you sofort diese Formulierung Rhetorik und das ist nun das zentrale welche Rolle spielt Rhetorik in dieser und jener Disziplin. Es gibt 17 solche Research Areas die sie dann ausführt und wie sie das ganz praktisch gemacht hat das ist ja ein unglaubliches Feld und niemand kein Einzelforscher keine Einzelforscherin kann mehr den Forschungsstand und die Forschungsagenda in allen diesen 17 sehr unterschiedlichen Forschungsfeldern identifizieren. Was sie gemacht hat ist sie hat zu jedem dieser Felder Fachkollegen und Fachkolleginnen gefragt gefragt nach Literatur die man da auch findet und nach fünf Research Topics also die sollten immer 20 Literaturangaben liefern und die fünf wichtigsten Forschungsfragen und das ist wenn sie da mal tatsächlich in dieses Buch reingucken sehr interessant weil man da auch sieht wie auch dort Forschungsfragen noch mal neu entwickelt werden und ich stelle Ihnen die einfach kurz vor ich gehe da gar nicht in die Tiefe weil man das glaube ich jetzt auch überhaupt nicht mehr kann sondern ich stelle nur die Überschriften vor also also rhetoric reference works das ist keine Forschungsrichtung sondern das ist einfach nur die Frage welche Nachschlagewerke gibt es eigentlich in der Rhetorik jetzt 2010 aber dann fängt es an Rhetorical Criticắp Rhetorical Poststrukturalism Rhetoric and Cultural Studies Rhetoric and Literacy Studies Rhetoric and Feminist Studies Rhetoric and Critical Race Studies Rhetoric and African American Studies Rhetoric and American Indian Studies Rhetoric and Asian American Studies Rhetoric and Latino or Latina Studies Comparative and Contrastive Rhetoric Rhetoric and Religion, Rhetoric Technology and Technical Writing, Visual Rhetoric, Rhetoric and Program Administration, Rhetoric and the Teaching of Composition. Und da fällt eben ganz stark auf sozusagen, dass Rhetorik eigentlich, also mit dieser Formulierung Rhetorik und eigentlich so etwas geworden ist wie eine Kulturwissenschaft. Also die wird ganz stark in diese sozusagen Forschungsrichtung der Cultural Studies eingebettet. Drei Thesen vielleicht zur Entwicklung. Und man kann sich natürlich auch fragen, was fehlt in dieser Liste. Mir fehlt da zum Beispiel ganz stark die Argumentationstheorie. Mir fehlt tatsächlich so etwas wie Public Address Forschung. Also es gibt diese Forschung zur öffentlichen Rede natürlich immer noch, die ist seit den 1980er Jahren auch wieder stärker geworden. Also so etwas spielt in diesem Chapter von Christa Radcliffe gar keine große Rolle. Das ist eben ganz stark so ein interdisziplinärer Cultural Studies Ansatz. Also die spielt eben, das ist sozusagen eine der Lehren aus diesem Kapitel. Rhetorik wird eigentlich zu einer Art Kulturwissenschaft oder wird in die Kulturwissenschaften als eine spezifische Form, als eine spezifische Perspektive auf kulturelle Phänomene verstanden. Composition bleibt ein wichtiges Thema. Persuasive Kommunikation spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ganz unbedeutend in diesen Theorien. Auch das einmal zentrale Interesse an öffentlicher Rede tritt zugunsten von ganz unterschiedlichen kulturellen Phänomenen, muss man sagen. Auch das ist auch eigentlich kein Interesse mehr an kommunikativen Phänomenen, sondern es geht stark um kulturelle Phänomene. Das ist also ganz stark sozusagen diese Richtung der Cultural Studies. Und wenn man heute reinguckt tatsächlich, und das sollen Sie auch mal machen, das würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie mal machen, in das wichtigste Journal der Rhetorikforschung reinzugucken. Das ist das Quarterly Journal of Speech, das bei Taylor & Francis erscheint. Quarterly heißt, ihr Hefte im Jahr erscheinen dort. Das kann man online heute alles angucken. Die UB hat da auch ein elektronisches Zeitschriften-Abo. Und gucken Sie einfach mal in zwei, drei Jahrgänge rein, was dort für Aufsätze erscheinen, zu welchen Themen Aufsätze erscheinen. Dann wird man sehen, dass sozusagen diese 17 Forschungsgebiete, die Crystal Radcliffe identifiziert in ihrem Artikel, das ist tatsächlich das, was in Amerika heute Rhetorikforschung heißt. Was wir jetzt machen, wir schauen uns jetzt ein Department of Rhetorik nochmal genauer an. Und zwar die Geschichte dieses Departments of Rhetorik hier an der University of Illinois in O'Byrness-Champaign im Mittleren Westen, südlich von Chicago. Ich war da einmal drei Monate als Visiting Scholar, 2011, im Frühjahr 2011. Und das ist eines der wichtigen Departments heute in den USA. Und das heißt heute Department of Communication, ist angesiedelt in Lincoln Hall. Das sehen Sie hier auf den Bildern. Seit 1971 sitzt das Department in Lincoln Hall und hat dort ihre Offices. Das Gebäude selbst stammt aus dem Jahre 1909. Und in der Eingangshalle, die Sie links sehen, hat dann so eine Tafel mit der Gettysburg Address von Abraham Lincoln. Also auch tatsächlich ein Platz, der vielleicht für ein Rhetorik-Department auch sehr, sehr geeignet ist. Wenn man dann anguckt, wie die Geschichte dieses Seminars eigentlich funktioniert, wie die verlaufen ist. Das ist eines der ältesten Departments in den USA mit einer Geschichte, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Sie sehen es auf der Folie 1886, wird dort erstmals ein eigenständiges Department of Rhetoric and Oratory gegründet. Das ist eines der ganz traditionsreichen und heute eben auch noch wichtigen Institute in den USA. Und was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ist mal so in einem auch relativ raschen Durchgang zu sehen, wie ist eigentlich die Geschichte dieses Seminars oder dieses Institutes und wie verändern sich die Institutsbezeichnungen. Die Institutsbezeichnungen sind ja auch etwas, mit dem ein Seminar sich in einem Forschungsfeld, in einem Disziplingefüge verortet. Und da kann man sehen, dieses Department hat einen Haufen Namensänderungen durchgemacht. Average Life Expectancy of a Department Name 11.4 Years. Also in weniger als zwölf Jahren hat sich diese, alle zwölf Jahre etwa, hat sich dieses Department in der Geschichte einen neuen Namen gegeben. Das hat ein früherer Chair des Departments mal ausgerechnet. Und wenn Sie sich ein bisschen mehr für dieses Department interessieren und seine Geschichte, die ist wirklich exemplarisch für die Rhetoric- oder Speech-Departments in den USA, können Sie da den Link anwählen. Also bis 1884 oder 1886 reicht es zurück. Die Universität selbst im Mittleren Westen gelegen, das ist eine staatliche Universität. Die University of Illinois Urbana-Champaign wurde 1867 gegründet, heute in dem Doppelstädtchen Urbana-Champaign. Die Trennung dieser beiden Städtchen, die natürlich heute zusammengewachsen ist, geht durch die Universität durch. Also ein Teil der Universitätsgebäude liegt in Urbana und ein Teil der Universitätsgebäude liegt in Champaign-Illinois. Das ist eine Universität, die groß ist, über 51.000 Studierende studieren dort heute. Das ist wie gesagt der Kern des staatlichen Universitätssystems in Illinois. Und die Universität ist eine der besten der Welt. Also das ist wirklich eine Weltklasse-Universität. Nun zum Department selber und zur Rhetorik an dieser Universität. Wie viele Institute, so ist auch das Department of Communication letztlich aus dem English Department entstanden. Das ist etwas, was wir in den nächsten zwei Vorlesungen sehen. So sind eigentlich die Departments of Rhetoric oder die Departments of Speech entstanden als Abnabelungen aus dem English Department. 1884 fängt es an, wurde eine Professur für Rhetoric and Oratory eingerichtet mit einem Lehrprogramm in den zwei Bereichen Composition, also verfassend schriftlicher Texte und mündlicher Ausdruck, also Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Werden wir in der nächsten Woche noch sehen, das ist ganz charakteristisch für den Unterricht in Rhetorik, dass es diese beiden Felder immer gibt. Da wurde eben eine erste Professur eingerichtet und dann auch relativ schnell aus dieser Professur heraus ein erstes Department. Dann geht es weiter. Dann gibt es plötzlich ein Department of Oral Rhetoric. Dann gibt es ein Department of Rhetoric and Oratory. Dann gibt es 1903 ein Department of Public Speaking. Das ist eigentlich der Begriff, der in den USA viel gängiger ist als der Begriff Rhetoric. Es gibt vergleichsweise wenige Departments of Rhetoric, heute aber auch in der Geschichte. Es gibt viel mehr Departments of Public Speaking. 1906 wurde das dann wieder eingegliedert in das English Department und das geht dann halt immer so hin und her. Das sind oft auch Kämpfe um Größen von Departments, um Geld, um Funding und sowas. So geht es halt immer ein bisschen hin und her. Ja, 1913, den Herrn werden wir in der übernächsten Vorlesung noch sehen, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Rhetoriktheoretiker der 1910er und 20er Jahre, Charles Wulbert. Der wird noch an die Universität of Illinois berufen als Associate Professor in Public Speaking and English. In 1922 gab es dann einen Major in Public Speaking. Es gibt auch einen Master dann schon. Das ist ja auch immer ganz wichtig in den amerikanischen Universitäten. Ist man nur Nebenfach? Ist man auch Hauptfach? Bietet man auch ein Graduiertenstudium an? Kann man in diesem Fach auch promovieren? 1947 dann gibt es ein eigenständiges Department of Speech. Das war ein Plan von Wulbert. Und in diesem Department of Speech lehren 1947 elf Professoren. Elf. Fourteen Instructors, also unterhalb der Professorenebene nochmal 14. Der erste Department Head war Carl Wallace, den werden wir auch noch kennenlernen, das ist auch ziemlich wichtig. Und es gibt einen Expansionskurs, kann man sagen, die nächsten Jahrzehnte. Sowohl was die Personen anlangt, aber auch was die Themen anlangt. Es wird zum Beispiel 1953 ein erster Kurs in Filmanalyse angeboten. 1960 wird das Department dann umbenannt in Department of Speech and Theatre. Und diese Umbenennung reflektiert eben die größere Bedeutung von Theater und Performance Studies. Also das Theater wird wichtig. Und 1967, die Sache geht nicht lange gut, wandert das Theaterlehrpersonal in das College of Fine Arts aus, wo es heute dann, glaube ich, auch immer noch ist, also die machen sich sozusagen selbstständig. Und das Department heißt dann wieder Department of Speech. Wenn man 1970 guckt, es gibt eben ein weiterer Personalaufbau. 14 Professuren, also 14 Full Professors, 12 Associate Professors, das ist ja diese mittlere Ebene in dem amerikanischen Laufbahnsystem, 18 Assistant Professors, da fängt man nach der Promotion mit an als Assistant Professor, 10 Instructors und 68 Teaching Assistants, also TAs, das sind in der Regel Graduierte, die ihren MA oder ihren PhD machen und die dann im Undergraded Studium noch so Tutorien machen oder einführende Kurse machen. Also 11 plus 12 plus 18, 44 Professoren. Das muss man mal überlegen, wie wir dran sind in Tübingen und wie groß dieses Department 1970 war. 1973 ist das Department umbenannt worden und jetzt kommt ein neuer Begriff hinzu, nämlich Department of Speech Communication. Und das ist eine einflussreiche Weichenstellung, das machen viele Departments und das ist auch sozusagen charakteristisch, auch eben dafür, dass nun die, auch die Theorieentwicklung, aber auch die Entwicklung letztlich der ganzen Institute hin in Richtung Kommunikationswissenschaft geht. 2008 findet diese Umbenennung ihren Abschluss eben mit der Umbenennung des Departments in Department of Communication. Rhetorik ist jetzt weg, Speech Communication ist weg, überhaupt Rede fällt raus aus der Bezeichnung dieses Departments. Warum machen sie das? Sie schreiben in dieser Geschichte des Departments To better reflect the range of our faculty's research interests as well as the market demands of our students' faith. Also die Forschungsinteressen sind eben so sozusagen vielfältig geworden, dass sie gar nicht mehr unter dieses Etikett Speech Communication passen. Und eben auch, weil der Markt für die Absolventen offensichtlich besser ist, Communication ist ein viel allgemeinerer Beruf, Kommunikationsberufe gibt es einen Haufen, während die Berufe für Rhetoriker natürlich da gegenüber oder für Leute, die es mit Rede, mit öffentlicher Rede zu tun haben, das sind natürlich viel mehr Berufe. Und insofern macht man auch besser einen Studiengang mit Kommunikation im Titel als einen mit Speech im Titel. Wie sieht es heute aus? Wenn man auf die Homepage des Departments geht, sollten Sie auch mal machen, gucken Sie sich ruhig mal so ein paar Communication Departments in den USA an, was die heute so machen. Die sind sehr breit und bunt gefächert. Da sieht man eben sechs solche Felder, also Studienfelder, die sich dann auch Studierende spezialisieren können. Communicational Culture, Communication and Health, Communication and Organization, das ist das ganze Thema Organisationskommunikation, auch in Richtung Wirtschaft natürlich, Interpersonal Communication, Mediated Communication and Technology und dann schließlich Rhetoric and Public Discourse. Also da ist sozusagen die Rhetorik ein Teilbereich, wenn man so will, ein Sechstel in einem Department of Communication, was ansonsten eben ganz breite Forschungsinteressen hat und auch ganz breite sozusagen Lehrangebote unterbreitet. Und wenn man bei Google mal sich den Spaß macht und man gibt mal ein Rhetoric, University of Illinois and Branch of Spain, dann kommt man zu etwas, was wir jetzt schon kennen und mit dem die Rhetorik eigentlich begann im 19. Jahrhundert, nämlich mit Composition, das heißt dem Verfassen von Texten. Und man tatsächlich guckt, die Kurse, die heute Rhetoric heißen, im Vorlesungsverzeichnis, werden vom Department of English angeboten. Und es sind vier Kurse, Rhetoric 101, die erste Zahl ist immer das Studienjahr und wenn es 101 ist, das heißt, das ist eine Einführung, ein sogenannter Freshman Course, den man also macht in der Studieneingangsphase im ersten Semester. Rhetoric 101, Principles of Writing. Rhetoric 102, das ist der Anschlusskurs, Principles of Research. Rhetoric 105, Writing and Research. Und schließlich Rhetoric 233, das ist dann im zweiten Studienjahr, im sogenannten Sophomore Year, Advanced Rhetoric and Composition. Das heißt, eigentlich kann man sagen, im Grunde das, was heute Rhetorik ist, wenn man mal so eine Google Search macht, es geht eigentlich wieder zurück auf die Anfänge der Rhetorik, so um 1900. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung angelangt. Bedanke mich für Ihr Interesse, wie immer. Wir haben nun einen ersten Überblick gewonnen, denke ich, über das Fach Rhetorik und rhetorische Theorieansätze in den USA. Manches hat vielleicht tatsächlich Verwirrung gestiftet. Das liegt an der Pluralität dieser Ansätze. Ich glaube aber, dass wir diese Ansätze in ihrer Pluralität einfach so zur Kenntnis nehmen müssen. Ich glaube, es bringt nichts mit zu normativen Ansätzen, da ranzugehen, denn das Forschungsfeld der Rhetorik in den USA ist groß und es ist nun einmal so, wie es ist. Und es macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, sozusagen immer die Kollegen über dem Atlantik zu kritisieren, dass die nicht unseren Rhetorikbegriff vielleicht haben und ein anderes Verständnis von Rhetorik haben. Da kommt man auch nie in Gespräch und nie in eine Kooperation hinein, wenn man nur sozusagen die Dinge auf Differenz hin abklopft. In der kommenden Vorlesung, in der nächsten Woche, geht es dann los, tatsächlich mit der eigentlichen Theoriegeschichte. Noch nicht mit dem 20. Jahrhundert. Wir werden noch mal ins 19. Jahrhundert zurückgehen müssen und von da aus auch noch mal kurz ins 18. Jahrhundert tatsächlich zurückgehen müssen, um mal zu sehen, wie ist eigentlich dieser Prozess der Neukonstitution des Faches in den 1920er und 30er Jahren zu verstehen, auf welchen sozusagen historischen Grundlagen baut der auf. Wir werden also in der nächsten Woche noch mal angucken, was war im 19. Jahrhundert Rhetorik, was war Composition, was hat man da in den Universitäten gelehrt in diesen Kursen über Public Speaking oder über Composition, was waren die wichtigen Lehrbücher und wie auch tatsächlich, wie war so das allgemeine Theorieniveau im 19. Jahrhundert. Für heute vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss.